Herzlich Willkommen zu Yakuza Racket Racket. Wir sind in der Stadt jetzt stehen geblieben, genau nach der Frau des Chefs, der ihn betrügt. Ja Leute, und jetzt müssen wir noch zum Ziel laufen. Wir können hier auch Lebensmittel kaufen, aber ich lass das mal fürs Erste sein. Ja, hier haben wir Straßen, wo keine Autos fahren. So jetzt sind wir am Ziel angekommen. Zurück gehen, ja. Zurück ins Büro. Okay. Und wie viel hast du von ihm bekommen? Soll ich das Geld zurückgegeben zu den Hochschulern, die die Videos kaufen. Es war eine gute Sache, und die Kinder waren dankbar für unsere Familie. Ich verstehe. Und das Geld, die wir haben? Ja, es ging nicht ohne Hitsch. Hier ist der Mann, so wie du es brauchst, Herr. Wir haben wohl selbst bezeichnet, oder wie? Wow, excellent work. Ist das, was du denkst, ich würde sagen? Ich verstehe. Ich verstehe. Was ist die doofeigung? Das ist'sversvoll. Ist das richtige. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Wir fangen, Sie. Begging for scraps won't fix your incompetence. I didn't beg. I have too much pride to pull something like that. You have pride when you can't earn for the family? What's that look? Pretending it didn't hurt. You don't even know, Payne. Not for a Yakuza anyway. A Yakuza takes real responsibility. Hey! Bring me the knife. Alright. Do it. What's wrong? You don't know how real Yakuza atone? Fine. I'll show you. If you're lucky, it'll slip right between the joints for a clean cut. If you're lucky. Good to see you, boss. Welcome back, boss. Welcome back, sir. Ichi. Walk with me. Yes, sir. Yes, sir. Der Bösewicht. So ist es halt in der Mafia. Da friert man manchmal einen Finger. Boss, du schickst meine Arsch da. Kannst du zumindest versuchen, dich mit Job zu kommen? Oh nein, er liebt meine Arsch. Nur weil... Ich bin nicht so ein Erwerber. Try putting yourself in his shoes. He's doing his duty as a family treasurer. Sure, I know that, but... It's like we just have different visions of what a Yakuza should be, you know? To me, it's more about duty and standing up for people, not money. And it's okay to see things differently. That's the strength of the Arakawa party. Sorry, party? Heh, it's not so different than those games you like, is it? Everyone has a certain skill they bring to the table. Some people are like you. Charging in head first without a thought. Others cover your ass like Mitsui. And some are better at cracking the whip. That's Joel. All of these people keep the organization running. Yeah. And you're the king of them all. The king? Heh. To me, all of you are more like sons than subjects. Heh 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 heh. Okay. Speaking of... You looked after Masato today, right? Yes, sir. Sorry to keep asking you to help me with something so personal. How was it? Fine. That's good to hear. These days, he doesn't even answer my calls. I may be king of the Arakawa family. But to my other family, it's nothing but a family. Heh, okay. Heh 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 heh. Well, Ichibang. Why don't we go get our last meal of the 20th century? Heh heh. Yeah, sure. I guess nobody cares about PDA or New Year's. That reminds me. You find yourself a girl yet? No, sir. I'm like a reverse chick-maker. Heh. Ja, nicht so schnell, dass du in die Taule schraubst. Das ist für dich zu sagen. Du hast wahrscheinlich alle Mädchen in meinem Alter gehabt. Was? Ich kann nicht so schlauern. Ich... Du hast die Vergangenheit genutzt. Die Schmerzen hat mir nur einen größeren Hint mit den Frauen gemacht. Natürlich. Natürlich. Von den ganzen Frauen in den Jahren, nur eine. Nur eine. Ich könnte eine Familie beginnen. Ja? Ja. Masa, bitte? Nein. Oh! Ich habe noch nie gesagt, die Details, habe ich? Nein, Herr. Ich... Ich weiß, dass sie verletzt hat. Ja. Let me start on New Year's Eve 24 years ago. I was just a grunt in the Hikawa family, but the patriarch asked me if I'd marry his daughter. She was the young master's mother? Just listen. I loved someone else. Her name was Akane. Uh oh. What's this? I was my... Bischlinge. I thought if I ignored my boss's daughter, she'd get annoyed and dump me. The whole time, I was dating Akane in secret on the side. I remember the moment she told me she was pregnant. Oh man. I knew right then what I needed to do. I had to step up as a man. Problem was, I couldn't find the right moment to tell the boss about Akane and our child. By the time I worked up the courage to tell him, Akane was almost dead. So I got down on my hands and knees and told the boss I already had a girl. He didn't let you off easy, I take it. Oh. He had his guys beat the shit out of me. I entered the new year barely able to move. If only it could have been over and done with him. The boss gave an order to the family. An order to kill Akane. What? Kill her? Yes. I couldn't believe it myself. But he was serious. Even though we were a small family, we were very good at making people disappear. And when we killed, her body was never found. That's what was waiting for Akane and me. For bringing shame to the patriarch. To this day, I have no idea how I got out alive. When I learned what was happening, I fled. I don't think they expected that after how badly they beat me. At the same time, Akane was at the hospital having the baby. I called her and told her to leave as soon as possible. I knew Yakuza were already on their way to the hospital. So I made a plan. I told her we could leave at this cafe, so we could skip town. After the house? Yes. I waited and waited. But she never did. But just as I was about to lose our hope, I got a call. Oh... They called him an Chintrush, but they called him a son. Oh... What are they going to do? Hello? Oh... Where are you? I thought they caught you. Oh... Our... Our baby is here. Huh? Yes. That's great. What? Was? Nein. Ich bin weg, aber... sie sind nicht weit entfernt. Ich muss... Ich muss weitergehen! Wo bist du? Ich komme dich zu holen! Sanjuku, stay da. Bei der Locker. Okay, stay da! Tryz, in die Gruppe! Oh nein! Sie sind hier! Was mache ich? Akane! Sie suchen eine Frau mit einem Baby. Sie schlafen ihn in der Locker und weg. Bleib einen Lowen Profil. Ist jetzt ein Baby in der Locker? Was hast du gesagt? Keine Angst! Ich komme ihn so schnell wie ich kann. Wenn du in einem selben Ort bist, zählst den Manager in der Café Alps. Sag ihn, wo du bist. Now, hurry! Put the Baby in the Locker. Okay. Take good care of her. Akane! Hey! There she is! That's her! Go, go, go! Hey! Akane! Where's the woman? Dammit! Where'd she go? Hurry up and find her! Shit! Oh, die haben den auch gefunden. Oh, die haben den auch gefunden. Schenig. Someone's wah吧! Good one sitting her! She will... Oh du hast die vara пять! Amn... Amy's go. Oh Oh 不起. Oh 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 Wuh, 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 wuh. Ah, ah! Hold on! Ah! I'll get you out! Ah! Ah! What's going on? I'm so crazy for you. Yeah man, so must it be. That's my father's love. Hey, are you okay? Oh, damn it! Oh! 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 I rescued our child and ran to a hospital. Oh! The doctor examined Masato and said he had multiple organ failure due to low body temperature. So that's why the young master is in a chair. Yes. It was that cold inside the locker. And apparently, if I had found in five minutes earlier, it could have prevented the complications. Boss, it wasn't your fault. I mean you got there as soon as you could. I just want to apologize to you. You're burdened with Masato's care because of me. I don't think of it that way, sir. Yeah, but it's interesting, sir. I never saw Akane again after that. She ran to a bar she knew, but the Hikawa family was already there. As I was taking Masato to the hospital, they were taking her away. They killed her. Oh. A few days later, the patriarch and several of his men disappeared. The Hikawa family had ceased to exist. Why did you? Oh, no. I didn't. Sorry for rambling on and on. But there's something I've always wanted to tell you. Even if only by oath. I consider you a son as well. Oh, you sure? Oh, jeez, sir. Let's see. Well. Enough, Looneyball. Let's eat, hm? I'm starving. Me too. What do you want to eat? Yeah, guys. Traurige stories. It's in Yakuza. Voll. Volle traurige stories in Yakuza. I'm throwing you shit on at Nandu. Well. Seeing as I'm the king and all, how about we feast on the king of Chinese food? What could that be? Oh! Gyoza! No, not Gyoza. Picking it, like that. Duck? Is that even edible? Mm-hmm. The duck is dried in the sun, then roasted. And the skin comes out so crispy and delicious, you'll love it. You peel off the perfectly brown skin, wrap it in a seasoned dough. Then your mouth is filled with the sweet and spicy ingredients of the sauce. Yeah. That does sound good. Yes. Which is why in ancient China, only the imperial court ate it. Also, it really is the king of Chinese food. Yep. I wonder if we can find it in Cumbertrip. There's gotta be a place serving it somewhere. Shit. Stay tuned. who is the king of Chinese food? You're gonna do it. As the boss can be climbed, he knows I don't know. ja Leute wir gehen jetzt Peking entessen in Japan gehen wir Chinesen jetzt essen wieso denn nicht ups kommt der Closet geschlossen ja wahrscheinlich bei Hause wartet um es mit ihren Familien Mann, ich wollte es wirklich probieren noch mal wieder, ich versuche ja, danke, Sir dieser Duck hat heute gewonnen oder er wird nicht weg von uns nächste Mal ha 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 ha, ha 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 Good New Year's you two! Ichiban, was habe ich dir gesagt? Oh, sorry. Be careful when you laugh outdoors. The only time a Yakuza should laugh with his teeth is when he's with family or when he's in deep shit. I know. Right. Reputation is everything for a Yakuza. Got it, sir. Well, since we missed our shot at the Yakuza, shall we go to our usual Odin place? Sounds good. So, so, like I'm not finished. What's wrong Ichi? You look like you're about to shit yourself. Fuck off! Don't you stop by to help out at home every now and then? Ah, not for a while, I guess. You should treasure the place where you grew up. It's not like it was the most normal place for a kid to be. No matter how it happened, home is home. One day you won't be able to go back, you know. 30 years ago, on January, first. I came into this world screaming inside this sleazy soap room. Soak way. What? Meine Mutter arbeitete auf Soaplands. Sie hat mich sogar rausgefunden. Dann hat sie verabschiedet. Ich wusste nicht, bis ich älter war, als mein Vater sagte. Ich sage, Vater, aber wir waren nicht mit dem Blut. Er war der Schwerst des Soaplands, der mich in hat. Ich weiß nicht, wer mein Vater ist. Wahrscheinlich jemanden, der sich in eine LAM-BAM verabschiedet hat. Danke, Frau. Hey, kann jemand einen Augenblick auf Ichiban? Oh, ich bin Ichi. Hey, es ist meine Aufgabe, ihn zu halten. Mhm, süß. Ich wurde von dieser Stadt gearbeitet, Leute. Wir alle am Rauchen sind. Oha, wie ein Gott, Alter. Ich fühle mich wie ein Gott. Ich bin ein Gott. Hm, 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 hm. Also, erst bin ich ein King, und jetzt bin ich ein Gott? Aber wenn ich mich überwiegendeine Mein Vater Vater ist tot. Ich bin aus der Schule und habe einfach angefangen zu driften. Er war einfach zu kämpfen, schnauern die Leute für einfach Geld. Aber Karma immer mit einem dumm-ass-Punk. Insofern bin ich den falschen Mann, ein Yakuza. So, ja, seine Crew lockte mich in ein Yakuza-Hopis und verletzte mich. Ich dachte, ich war ein Goner, aber ich habe einen letzten Versuch zu leben, und sprach ein Name. Arakawa. Was? Sie sind Arakawa-Familie. Wenn Sie mich töten, werden Sie alle letzten von Ihnen unterhalten. In diesen Tagen, der Name Arakawa-The Assassin war wie ein Wiespferd-Threat. Ich habe keine Ahnung über die Yakuza oder wer sie damals waren, aber ich wusste diesen Namen. Und ich dachte, wenn ich sie Namen verletze, vielleicht würden sie mich überraschen und lassen mich leben. Sie sagen, Sie sind Arakawa? Ein Kind wie Sie? Aber mein Plan hat sich zurückgezogen. Ein ganzes Wiespferd-Threaten. Es ist so, dass diese Leute in einem großen Wiespferd mit der Arakawa-Familie waren. Ein von Ihren kleinen Wiespferd-Threaten hat mich zu sterben. Sie sagen, dass er Name ist Ichiban Kasuga. Oh, er ist nicht weg. Nicht in der Sari-State, in der wir ihn verletzten. Wenn Sie ihn zurückgezogen haben, Sie besser senden den Patriarchen Arakawa persönlich. Ich wusste, dass der Jig war. Ich habe niemals noch einen Arakawa-Familie gesehen, also dass er nicht kommen wird. Und da ist er. Oh, ich weiß nicht. Well, wie geht es um einen Finger? Ich werde dir meinen Finger für ihn verraten. Klingt fair? Ich werde es einfach nehmen. Okay, dann. Lass uns gehen, die andere Scheiße. Oha. Wie brutal das Spiel ist. Aber ein Jiguzo macht öfters seine Finger weg. Schneiden sie weg. In der echten Welt zumindest. Du hast mir verraten. Warum? Wie kann ich... Ich kann... Ich bin ein Jäkuza-Familie. Das Finger war nicht für dich. Ich bin ein Jäkuza. Die ganze Familie von Arakawa haben sich bezahlt. Wenn ein Yakuza zeigt, er ist fertig. Ich habe das einzige, was zu behaupten würde meine Familie. Aber nicht das einzige! Du könntest einfach sagen, dass du mich nicht kennst. Warum nicht das? Warum nicht das? Vielleicht wollte ich eine Erinnerung auf einen Kind, der mein Name wusste. Oha! Und in diesem Moment, ich sah mein Leben vor mir. Das war diesen Mann. Oha! 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 Patriot Narakawa! Back the fuck up! How many times I got to say this? We got no cuffs for punks like you. Never mind the kid Joel. I didn't care how often they ignored me or what they said. Ich bin außerhalb dieser Office jeden Tag, in der Pörengen Ränen, unter der scorchsten Sonne. Willkommen zurück, Patriarch Garakawa! Wer ist er? Du kennst ihn? Du kennst ihn? Kind, der Yakuza ist nicht etwas, was du anstiegst. Hast du deine Eltern erklärtet das dir? Ich habe keine Eltern, Sir! Ich hatte einen Vater, aber er ist jetzt tot! Ich bin schwämmt. Komm schon! Es sind 100 Tage her, wo er sich getroffen hat, nicht sehr lange, wie es ausschaut. Es ist immer so gut, danke für mich, Boss. Ich glaube, es ist jetzt 20 Jahre alt. Es ist das letzte Mal Zeit für den Kountdown. Hey! Stopp' es! Du kamst hier alleine auf New Year's Eve. Das bedeutet, dass du nur eine Sache bist. Bleib mir alleine! Du bist nicht so gut für uns. Wir haben Spaß. Manchmal ist es eine Schmutzung der Gesellschaft, die mit dem Klinik zu machen. Hey! Ein neues Zentrum ist zu beginnen. Und ich weiß, dass du nicht die erste Woche zu spüren im Obst. Geh raus, bevor ein altes Mann hat die Schmutzung zu spüren. Was sagst du? Bleib aus! Wer bist du? Tojo-Klan! Arakawa-Familie! Jetzt schau dir deine Brunnen aus von der Frau hier! Es ist Zeit nach Hause und hör auf die Neue-Jahres-Belle wie gute Leute! Hold on! Sie sind Yakuza? Sie müssen sie sein! Schau, er hat die Haare und alles! Ja, plus sie sind Kostüme, direkt aus einem Mafia-Movie! Sie verdammten genug, dass du uns lustig machst! Hey Boss, lass das zu mir! Es sind einige Jahre, seit ich dich gefunden habe. Ich hoffe, dass du jetzt steigst. Warte, bis du siehst, was ich tun kann! Strasse, genau! Strasse, genau! Okay! Hä? So! Der ist dich schon tot! So! So, der ist tot! Strasse, einfach zu wissen! Ho-ho-ho! Ha, ha ha! Ich erinnere mich, wir sind Yakuza. Ja, das verstehe ich. Jetzt dann, ich werde dich später sehen, Ichi. Ihr nächstes Jahr in der office aufhören. Hah, ich bin der Welt für die Welt. Good night, Boss. Du auch. Das ist ein Schuss. Jetzt würde ich noch einen Geben. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. 5, 4, 3, 2, 1. Schön. Das ist ein Schuss. 4, 3, 2, 3. 5, 3, 4! 5, 4, 3, 4. 5, 4, 5... 21, 2, 1, 2, 3! Könnt ihr darum, dass hier gerade,... Sir, sie müssen сп когоる zu 17, 20, 20, 21 ... Boar, schredst du collaboration sind? Ben es so schwer schwer indem, das koffert Er Halloween ist super hussisch. Sie sind alle in der Flüge in der Flüge. Ich sehe eine Identifikation. Identifikation? Ja, wie deine LICENSE. Ein Violent-Krime wurde hier vorhin verletzt. Verdammt, meine Wallet ist weg. Siehst du, warum du hier nicht in der Flüge musst? Du musst jetzt eine Verkaufnahme anbieten. Ich bin unterwegs, also du musst nach der Station gehen. Hallo, Boss. Erstens, Happy New Year! Sorry, dass du dich erst in der Frühstück in der Frühstück bist. Keine Probleme. Ich bin bereit und bereit für die Todes. Kannst du nach dem Hof? Natürlich. Willst du nach der ersten Schrein des Jahres gehen? Nein. Nur in der Hofstück. Unerfällig, wieso? Wieso wir unerfällig ins Büro gehen müssen? Das werden wir erst in der nächsten Folge sehen, Leute. Für die Folge war's das. Ich würde mich verabschieden. Haut rein, bis dann. Tschüss. Musik Musik Days